Also auch wenn ich mich direkt vor den TKs abgewischt habe, bin ich jetzt schon wieder nass und komplett durchnässt, werde ich das Video mit Sicherheit beenden. Deswegen sage ich, um es nicht allzu schlimm für mich zu machen, wir springen direkt in den Test des HiBy R5. Das ist eine Produktkategorie, von der ich noch nicht viele Geräte getestet habe, zwei um genau zu sein, wobei das MP3-Player war, was von dem ja eigentlich nicht wirklich so gesagt werden kann. Da er unter Android läuft, ist es im Prinzip ein Multimedia-Gerät und spielt natürlich alles andere auch ab. Aber ich denke mal, ihr wisst, was man eben mit dem MP3-Player macht und deswegen, wenn ich das so nenne, ist das okay. Da er allerdings eben unter Android läuft, sollten wir definitiv mal einen genaueren Blick auf das Gerät selbst werfen und eben auch auf dessen Spezifikationen, die ja bei einem Android-Gerät definitiv Sinn machen. Das Gerät hat eine Displaygröße von 4 Zoll, eine Auflösung von 1080x45 mit 300 PPI, langt das meiner Meinung nach völlig. Dazu ist es auch noch IPS und natürlich Multitouch. 2 GB RAM, 16 GB Speicher, wobei dann eben nutzbar nur 8 noch übrig bleiben, wobei ihr das dann eben hier noch mit einer 512 GB SD-Karte aufrüsten könnt. Dann gibt es links noch zwei Tasten, rechts noch vier Tasten, zu denen kommen wir später noch, gibt es dann hier unten 3,5 mm Klinke, der natürlich auch als Line-Out funktioniert. Und eben noch 4,4 mm Balance, der auch als Line-Out funktioniert. USB-C gibt es dann auch noch mit Quick Charge 3.0 und das Ganze dann eben funktioniert auch als USB-Deck. Aber ihr könnt den Klang eben nicht nur transferieren eben über die ganzen Kabel, sondern auch per Bluetooth in beide Richtungen. Also es ist ein Transmitter und auch ein Receiver. Dazu gibt es dann eben noch USB-Storage-Support, dann noch 3.500er Akku, der mit dem Quick Charge 2 Stunden geladen werden sein sollte. Over-the-Air-Updates gibt es, wäre es das nahezu gewesen. Allerdings eben noch eine Sache nicht erwähnt, ist der Snapdragon 425, der jetzt meiner Meinung nach hier nicht top optimiert ist und normalerweise auf Handys, die ich kenne, schon besser gelaufen ist. Aber von der Performance her tut es das Ding voll. Würde ich deswegen sagen, gucken wir uns das Gerät mal von außen an. 159 Gramm schwer. Ja, ein bisschen dicker, aber dafür kleiner. Liegt er gut in der Hand. Ist alles schön erreichbar. Auch die Tasten geben Sinn, wobei die Beschriftung nicht ganz so, denn ihr seht das Play-Zeichen. Und ihr würdet jetzt erwarten, dass das hier für das nächste Lied ist, aber es ist komischerweise genau andersrum. Wobei ihr eigentlich alles bedienen könnt mit der Play-Taste, denn einmal Play-Pause drücken ist eben die Funktion. Mit zweimal drücken, Lied vor und dreimal zurück, wie bei eben vielen Bluetooth-Geräten. Ansonsten Power-Taste, die könnte man dann auch noch beleuchten lassen und dann eben lauter und leiser. Muss ich sagen, die Tasten selbst gefallen mir nicht, gerade wenn ihr das Gerät länger nicht nutzt. Irgendwie verzieht sich da dann vielleicht was oder so, aber die verkanten relativ schnell. Was dann weniger ein Problem ist, wenn ihr zum Beispiel die Hülle benutzt, die dabei ist. Dann könnt ihr auch gerade vielleicht durch die Hosentasche die Tasten ein bisschen leichter erspüren. Und ja, also im Prinzip die einzige Tasse, die ein bisschen negativer auffällt, ist eigentlich die Power-Tasse. Die hakt ein bisschen öfter, gerade wenn es länger nicht benutzt wird. Dann Glas oben, Glas unten und Glas hinten und Glas vorne. Wobei das hier ist meiner Meinung nach eher Plastik und gerade hier unten klappert es ein bisschen blöd. Also ich glaube, ich habe da ein bisschen ungünstiges Gerät erwischt, denn auf der Oberseite macht es das nicht. Also das nimmt ein bisschen was an Wertigkeit weg, denn der ganze Rest wirkt relativ solide, bis auf die Tasten eben auch nicht so gut sind. Was mir dann auch nicht ganz so gut gefällt, ist, dass das ganze Gerät immer aus Glas ist und extrem heiß wird. Zu der Temperatur komme ich dann allerdings später noch. Würde ich deswegen sagen, jetzt schalten wir es mal an und gucken, womit wir es zu tun haben. Wir haben es mit dem Android-Gerät zu tun mit Android 8.1 und es ist eben absolute Stock Android. Also ihr seht hier, keiner der Apps vorinstalliert. Ich habe SwiftKey, Solid Explorer und YouTube zum Beispiel inklusive auch Play Music nachinstalliert, weil ich meistens Play Music nutze. Helligkeit können wir verstellen, aber da wir gerade schon relativ niedrige haben, seht ihr schon, das Display kann relativ hell. Also ich nutze ungefähr so 30 im Alltag, aber ihr seht schon jetzt, sieht es überraschend hell aus, obwohl ich schon komplett fast unten bin. Ja, so soll es passen. Android 8.1 habe ich schon erwähnt. Und im Prinzip, das sind alles normale Entstellungen, wobei ich jetzt kurz noch erwähnen möchte, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, die Statusleiste ist nach unten gekommen. Und anfangs hatte ich ein Problem und habe vermutet, dass es an der Schutzfolie, die ab Werk angebracht ist, liegt, denn da war eine, so eine Art Gummierte und die war eigentlich relativ klebrig, aber ihr seht auch hier schon kein gutes Oleophobic-Coating, ist das jetzt nicht so wichtig, weil ihr wollt ihn eher vor Kratzern schützen. Deswegen mein Tipp, nehmt die Folie nicht runter. Ich habe sie nur runtergenommen, weil ich das Problem hatte, dass als ich das Gerät bekommen habe, permanent die Statusleiste runtergegangen ist und auch dann doppelt, ohne dass ich das Gerät eigentlich überhaupt benutzt habe. Es passiert immer noch ab und zu mal, aber das Ganze wurde eben nicht durch das Abnehmen der Folie gelöst, sondern durch ein Systemupdate, von dem ich eins mittlerweile bekommen habe. Das hat die Sache allerdings deutlich verbessert, also jetzt passiert es nur noch sehr, sehr selten. Würde ich sagen, abgesehen von den normalen Einstellungen, die ihr von Android kennt, schauen wir uns jetzt nochmal ein paar Einstellungen an, die ihr vielleicht eben praktisch finden könntet. Also beim Display, Helligkeit, wie ihr schon seht, sehr, sehr niedrig und relativ hell, weil es kann allerdings auch an der Kamera jetzt gibt. Es gibt Nachtlicht, Ruhezustand, bei Erweitert dann eben Schriftgröße. Es gibt ein Inaktivitätsdisplay. Hier, wie schon gesagt, könnt ihr jetzt das Einschalten der LEDs bewirken und High-By, also der Music-App des Players, im Fullscreen-Modus laufen lassen. Dann gibt es noch Lockscreen-Button-Settings. Das wurde jetzt komischerweise nicht übersetzt. Man könnte eben einstellen, ob, wenn das Gerät gelockt ist, die Tasten noch funktionieren. Also hier Operable oder Inoperable für die Volume-Buttons, für Play und Pause und so weiter und auch Media-Button-Up, ja, Up-Wake, Wake-Up, gibt es dann auch die Audio-Settings. Hier könnt ihr einstellen, ob es jetzt entweder ein Phone-Out ist oder ein Line-Out. Eben auch für den Balanced, Gain, High und Low. Dann DSD-Gain-Compensation, Channel-Balance und Maximal-Volume. Das war es im Prinzip. Ah, jetzt habt ihr es gesehen. Also ab und zu passiert es mal. Ja, keine Ahnung genau wieso. Würde ich sagen, gehen wir noch auf die High-By-App an. Denn das ist also ein, denn das ist die MP3-Player-App-App, die ihr nutzen könnt. Allerdings könnt ihr auch jede andere benutzen. Gerade wenn ihr einen Equalizer nutzt, gibt es hier einen. Wenn ihr allerdings irgendeine andere App nutzen wollt, dann müsst ihr euch eben einen eigenen besorgen. Würde ich sagen, gucken wir uns mal kurz den Equalizer an. Zehn Bänder hat er, inklusive eben noch Boost, also mit Amp extra. Dann gibt es MESB. Was das heißt, kann ich euch kurz sagen, denn ich habe es irgendwo mal nachgegoogelt. Also es heißt irgendwas mit Magic oder Mage, irgendwas. Also ja, wenn wir da einfach mal reingehen, seht ihr schon, hier könnt ihr nochmal sehr viele coole Dinge einstellen. Wie zum Beispiel eben, ob der Klang kühl oder hell ist, warm, dunkel, leicht, Bass-Erweiterung, schnell, klar, schwer, tief, klar. Also das Ding ist sehr, sehr powerful, wobei ich sagen muss, ich habe es jetzt nicht wirklich genutzt. Und dann Plug-in, Sleep-Timer, eine praktische Sache bei einem MP3-Player. Dann bei den Einstellungen gehen wir mal ganz kurz durch. Lead-Text-Anzeigen, Unterbrechungen beim Trennen des Headsets, Titelübergänge, Replay-Gain, Haltepunkt des Songs steuern, Ordner abspielen, exklusiver Zugriff auf High-Quality USB-Audio, USB-Performance-Mode, USB-Auto-Lautstärkesperren, DSD-Modus, High-Way-UAT, LDHC, funktioniert natürlich Bluetooth mit allen Richtungen, LDAC und so weiter, feste Abtastgrenze, ja, ihr seht es ja selber, Lautstärkemodus, Spracheinstellungen, Schriftgröße, Album-Cover, Album-Cover und Lead-Text, List-Order, Einstellungen und so weiter und so fort. Also die App ist ganz gut, ich habe es jetzt nicht wirklich viel genutzt, da ich meistens eben Play Music nutze, habe sie heute mal ein bisschen getestet. Das, was ihr von dem MP3-Player, von der Funktion her erwartet, bietet es alles. Aber gerade eben, weil es ein Android-Gerät ist, das ist das Spannende für mich, würde ich eben Streaming-Dienste relativ gerne nutzen wie Google Play und dafür ist das Gerät eben absolut ideal. Aber jetzt würde ich sagen, mal weg von dem ganzen System, wie klingt das Ding oder was hat es überhaupt drauf? Also Akkulaufzeit ist mit 18 Stunden angegeben und das könnte sogar mit In-Ears hinhauen. Also was ich mit In-Ears hinbekommen habe, waren so knappe 16 Stunden über zwei Tage, wobei der Stand-By-Ray hier im Prinzip nicht da ist, weil das Gerät eben nicht wirklich viele Services am Laufen hat. Wenn ihr dann viel installiert, könnte sich das ein bisschen ändern. Und ich denke mal so, mit einem Over-Ear, wenn ich ein bisschen lauter hören würde, dann würde ich noch immer so bei Minimum mal 10 bis 12 landen. Also das Ding ist relativ genügsam beim Energieverbrauch, aber die Hitze werdet ihr auch abbekommen. Also was ich an Temperaturen bekommen habe ist, und das ist jetzt ein bisschen heftig, hinten, also wenn ich mit einem Over-Ear bei einer Lautstärkestufe von 80 gehört habe, mit Low-Gain, allerdings mit High-Gain nicht wirklich ein Unterschied, unten 39 Grad, oben schon 49 Grad, vorne waren es dann 1, 2 Grad weniger und 37 an den Seiten. Also das Ding war extrem unangenehm in der Hand. Das wurde schon wirklich heiß und in der Hosentasche, glaube ich mit kurzen Hosen, hätte ich mir die Beine fast verbrannt. Allerdings eben mit der Schutzhülle ist das weniger ein Problem und gerade wenn ihr unterwegs seid, mitten im In-Ear, wenn ihr dann Lautstärkestufen von 20 oder so weniger fahrt, dann wird es so durchgehend warm, aber nicht mehr unangenehm heiß. Aber so wie es war, war es extrem unangenehm. Also wenn ich mit der gleichen Lautstärke den i5x-Cann nutze, das Ding wird nicht mal warm. Ich habe das Ding noch nie wirklich warm gespürt und das wird extrem heiß, eben durch das ganze Glas spürt man das. Aber ansonsten von der Power muss ich sagen, absolut da das Teil, weil ich konnte einen Sandy Audio IWA problemlos, LCD 2C problemlos. Bei den wirklich anspruchsvollen, bei Dynamics, also mit gerade 500, 600 Ohren, da könnte es schon knapp werden, aber die meisten 250er sollten noch hinhauen. Bei meinem Vorlieben an Lautstärke, die meisten Leute dann sogar noch lockerer. Also da seid ihr gut dran. Vom Klang muss ich sagen, im Vergleich zum X-Cann, wenn beide eben ab Werk, so wie sie sind, genutzt werden, hat der X-Cann ein bisschen mehr Power untenrum. Das ist mir gerade bei dem Sandy Audio aufgefallen, der hat einfach noch ein bisschen mehr Druck gehabt, aber beide generell klingen wirklich schön. Der hier ein bisschen dünner, so im Mittenbereich, Richtung Höhen auch, aber ihr habt ja gesehen, ihr habt so extrem viele Optionen. Also dieses ganze MESB, da noch den Equalizer, also gerade auch durch den Balance-Anschluss, der bei dem Sandy Audio nochmal was gebracht hat, habt ihr definitiv mehr als genug Möglichkeiten. Da ich jemand zum Beispiel bin, der nicht wirklich viel Wert läuft auf Equalizer oder Extra-Einstellungen, funktioniert für mich die Banalität, würde ich mal sagen, eines iFi X-Cann eigentlich besser und der gefällt mir klanglich minimal mehr. Aber wenn ihr es flexibel haben wollt, seid ihr definitiv besser dran und ihr bekommt auch nochmal so gute 5-6 Stunden mehr Akkulaufzeit. Power sind sehr, sehr nah beieinander und das ist eben der Riesenunterschied. Der iFi X-Cann kostet knappe 350 Euro, funktioniert eben per Bluetooth oder per Kabel, aber eben nicht jetzt als USB-Deck oder so weiter. Da bräuchtet ihr schon den XDSD und kostet aber knappe 330, 350 Euro. Hier zahlt ihr 400, bekommt im Prinzip einen sehr, sehr ähnlichen Sound. Ich bevorzuge den hier ein ganz kleines bisschen, aber ihr bekommt eben auch noch ein komplettes Android-Gerät mit Akku dazu. Ihr könnt den Speicher erweitern, ihr habt Bluetooth, ihr habt eben Zugriff auf alles, was im Android-Bereich vorliegt. Und das ganze Paket ist nicht schlecht, aber ich muss sagen, was mich persönlich ein bisschen bei 400 Euro stört, ist, dass die Verarbeitung nicht so besonders ist. Also hauptsächlich, dass sie erwähnenswert wäre. Plus die Anschalttaste, die benutzt man relativ oft, wenn man das Gerät anschaut. Dann hakt es irgendwie immer ein bisschen blöd ein. Ansonsten auch noch die Abwärme, die ist ein bisschen extrem. Natürlich jetzt im Sommer ein bisschen heftiger als vielleicht im Winter oder so, aber das waren so Dinge. Ansonsten Klang, Bedienung, also bei dem Speicher muss ich noch sagen, der Speicher, der benutzt wurde, muss extrem langsam sein. Denn wenn man zum Beispiel, was man ja in der Regel nicht oft macht, aber mal eine App installiert und versucht, das Gerät zu benutzen, dann geht gar nichts mehr. Also in dem Zeitpunkt sieht es aus, als ob das Ding eine Task machen kann und keine zweite. Und Multitasking ist ja nicht so gut, aber ihr werdet ja hier keine Videos drauf gucken. Ihr werdet hier nicht durch eure Social-Media-Websites und so weiter browsen. Ihr benutzt das für das Benutzen von Streaming-Diensten und ich werde schon nass, ich merke es, für Streaming-Dienste. Ob es jetzt Tidal ist, ob es jetzt Google Play ist, ob es Spotify ist, ob es jetzt Hyper ist mit lokalen Dateien, DSD-Files, alles. Alles ist machbar. Und das ist eben das Geniale an einem Gerät. Und das ist eben für mich der Anreiz, wieso, wenn ich mir einen MP3-Player kaufen würde, es definitiv einer mit Android ist, weil ich eben gerade als jeder, einer mittlerweile viele Leute von dir, die Streaming-Dienste nutzen, dass das einfach einfacher macht. Alternative muss ich halt nochmal erwähnen, die ich auch so nutze, ist ein IFA-X-CAN, der eben gekoppelt ist an ein Handy. Da habe ich einfach nochmal den Vorteil, dass das System nochmal deutlich flüssiger läuft, weil es über mein Handy geht, das mehr Power hat. Über Bluetooth langt mir der Klang, weil der IFA-X-CAN da mit APTX-Problemen das dran ist. Dann wird das Gerät nicht warm. Ich verzichte zwar auf die Flexibilität, wobei Equalizer könnte ich auch auf dem Phone nutzen, aber eben nicht vom Gerät selber. Ich verzichte auf ein bisschen Akkulaufleistung, aber dafür habe ich das minimalistische Paket, das eben nicht heiß wird. Das ist eben so das Banalo-Prinzip, dass das macht, was man will, aber sehr, sehr gut. Hier habt ihr die Flexibilität eben mit schon den, wie erwähnten, Nachteilen. Ob das jetzt 400 Euro wert ist oder nicht, kann ich euch nicht beantworten, weil ich einfach nicht genug von den Geräten getestet habe, gerade eben mit Android. Die zwei MP3-Player, die ich bisher getestet habe, lagen so bei, ich glaube, 50 und 150 Euro und die waren in allen Belangen schlechter. Also da müsste man gar nicht erst darüber reden. Das waren die X-Duos. Da ist das hier schon ein gutes, besseres Paket, aber ich hätte das Ding eben gern deutlich. Also ich habe das jetzt nicht mal für Musik benutzt, gerade nur so ein bisschen. Ich habe jetzt mein Temperaturmessgerät nicht hier, aber das Ding ist schon extrem warm geworden durch die ganz normale Benutzung. Das liegt eben an Android, denn Snapdragon 425 ist eigentlich recht effektiv und so weiter. Aber ich möchte es jetzt nicht länger ziehen. Ihr wisst, was mir gefällt, ihr wisst, was mir nicht gefällt. Und jetzt ist es an der Zeit, dass ihr mir sagt, was ihr davon haltet. Ist das für euch etwas, was interessant ist oder nicht? Weil ich muss sagen, die Idee eines MP3-Players oder eben Android-Players finde ich super, aber die Umsetzung hier ist mir nicht alltagstauglich genug. Wobei der Klang und alles andere ja passen würde. Aber an der Hardware-Umsetzung mangelt es ein bisschen. Von daher, ja, ein Dank nochmal an Audio Next. Ich denke mal, von denen habe ich das bekommen. Ansonsten wäre es hier Goto, aber ich denke mal Audio Next, da die eben Hi-Buy-Geräte-Listen gebildeten Dank an die. Und ja, ich sage Tschau. Bis zum nächsten Mal. Jetzt wäre eigentlich die Zeit von Tschau. Von daher nochmal. Tschau.